Fiete? Ja, bau dich vielleicht einfach hoch. Wirrpilz! Wirrpilz! Ich glaube, die Piglins sind erstmal das größere Problem. Oh Gott, Fiete. Ey, jetzt schlepp die hier nicht wieder an. Ich hab grad nen Save-Spot. Ich muss mal kurz an die Tür. Kümmerst du dich mal kurz um die restlichen Blazes? Äh, ja, easy. Jo. Der Damage. Hör auf. Nee. Jetzt, Fiete! Oh mein Gott!